Lübeck, unsere Stadt des Tages, die Stadt mit dem einen Mann, mit dem einen Messer und dem halben Dutzend Einsatzwagen der Polizei, die dafür nötig sind, den einen Mann mit dem einen Messer, über dessen Nationalität selbstverständlich die Polizei keine Auskunft gibt, was hier vorgefallen ist. Die Fachkraft des Monats würde ich sagen, aber mindestens die Fachkraft der Woche, die Fachkraft für Messertechnik an Cabriodächern. Ich denke, der junge Mann, der wollte hier nur Sattler werden. Schauen wir einmal rein. Ich lasse das neben mir laufen, das dauert ein bisschen länger. Er ist wohl in Streit mit einem Nachbar geraten und hat sich dann an dessen Mercedes vergangen. Und man muss geduldig, geduldig warten, bis denn irgendetwas passiert. Ich frage mich immer, wie fühlen sich die Anwohner, die dort Autos stehen haben, die dort gerne an ihr Auto möchten? Naja, man bleibt dann zu Hause, ein Mann mit einem Bart und einem Messer. Aber er drangsaliert hier diesen Mercedes immer wieder, immer wieder in das Dach und gleich geht er auch noch an die Reifen heran. Da bleibt es wirklich spannend zu sehen. Wird es das einzige Auto sein oder wird er alle Autos zerschneiden? Aber ich kann euch das schon vorher verraten, er wird nur an diesem einen Mercedes hier tätig werden. Die Frage ist allerdings, wie viele Lübecker Polizisten müssen wir jetzt wieder einsetzen, um diesen Mann hier von der Straße zu holen? Schätzt mal, wie viele Polizisten sind notwendig? Ich habe den Clip der Polizei. Man sieht zumindest sechs Autos. Also, wenn sie alle alleine im Auto wären, was in Deutschland nicht der Fall ist. Also, mindestens ein Dutzend Polizisten, um einen Mann mit einem Bart und einem Messer hier dann in Gewahrsam zu nehmen. Das viel Schlimmere an der Sache ist, dass er vermutlich nicht lange in Gewahrsam bleiben wird. Das ist ja das übliche Prozedere. Der Mann, der auch lautstark unterwegs war und Beleidigungen gebrüllt hat, wurde dann von mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen, die an den Tatort geeilt sind, so schreibt das die Lübecker Polizei, dann in Gewahrsam genommen. Die Polizeikräfte durchsuchten die Eingänge und Laubengänge des mehrstöckigen Mehrfamilienhauskomplexes. Auf einem Laubengang wurde dann der 44-jährige Tatverdächtige schließlich vorläufig festgenommen und kam in Polizeigewahrsam. Die Polizeibeamten beschlagnahmten ebenfalls ein Messer als Tatwerkzeug. Es gibt dann natürlich ein Verfahren wegen des Verdachts der Beleidigung, der Bedrohung und der Sachbeschädigung. Zur Nationalität des Mannes macht die Polizei bisher keine Angaben und das machen sie nur, wenn es kein Deutscher ist. Die Klärung der genauen Hintergründe der Tat und seines Verhaltens sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang werte die Polizei neben Zeugenhinweisen auf Videodateien und Handyvideos aus. Ich frage mich ja immer, was die Polizei da auswerten muss. Ihr habt alle das Video gesehen und eindeutig ist die Sachbeschädigung. Ganz, ganz eindeutig. Und vermutlich das Verstoß gegen das Waffengesetz, weil das Messer ziemlich groß war. Wo muss die Polizei hier etwas auswerten? Was muss da ermittelt werden? Ein Mann hält sich nicht an Gesetz. Also kriegt er eine Strafe vom Gesetz. Aber nein, sie wollen ermitteln. Sie wollen gucken. Wahrscheinlich wollen sie gucken, ob er nicht noch irgendwo ein Trauma hat, damit man das dann unter den Teppich kehren kann. Leute hier oben, ihr seid solche Vollpfosten, ihr seid auch solche Vollpfosten in Lübeck. Steckt diese Leute in euer Gewahrsam. Nichts mit ermitteln. Die Tat wurde gefilmt. Das ist das gleiche wie in Mannheim. Suleiman A. wurde bei dem Mord von Ruvenlauer gefilmt. Was wollt ihr da ermitteln? Wollt ihr den Computer fragen, ob das Video authentisch ist, ob es echt ist? Ich frage mich ja ernsthaft, was wollt ihr ermitteln? Es ist offensichtlich und eindeutig. Es gibt keine Zweifel an der Schuld. Die gibt es nicht. Also das ist ja wie, wenn einer die Bank überfallen hat, wurde dabei erwischt. Und auf der Polizeidienststelle sagt man dann, naja, aber also eigentlich, ich wollte nur in das Haus von der Bank. In die Bank wollte ich nicht. Da wohnt mein Zahnarzt, den wollte ich mal besuchen. Aber das ist ein Schwachsinn, Leute. Die Leute begehen Straftaten und für diese Straftaten gehören sie ins Gefängnis gesteckt und bestraft. Was machen sie? Sie ermitteln zu Tode, sie ermitteln zu Ende. Bestimmt ist er dann am Ende nicht zurechnungsfähig, wegen Alkohol im Blut oder wegen Traumata. Ihr merkt es, da kriege ich manchmal richtig die Galle, die rauskommt. Aber Lübeck wird bunt, haben sie gesagt. Lübeck hat auch hier am Backwerk in Lübeck eine kleine Schlägerei. Und das Video müsst ihr euch leider in meinem Telegram-Kanal anschauen, sonst gibt es hier wieder Ärger auf YouTube. Deswegen, der Link ist unter dem Video. Schaut alle mal rein. Es gibt im Moment keine Bestätigung davon, von wann dieses Video ist. Es ist zwar frisch aufgetaucht im Netz, allerdings werden dort auch manchmal alte Schinken wieder aufgewärmt. Deswegen keine Garantie, dass das Video vom letzten Wochenende stammt. Es könnte schon älter sein, wenn du aus Lübeck bist oder wenn du dieses Video kennst, schreib mir gerne unter dieses Video, was es damit auf sich hat. Ansonsten, wir haben so viele Einzelfälle überall. Es ist der Wahnsinn, aber die Migranten, sie fahren auch in Urlaub. Hat der Geheimdienstchef gesagt, im Sommer sinkt die Kriminalität, weil die Migranten alle nach Hause fahren. Leider nicht in Deutschland, sondern nur in Schweden. Ich fand das aber einen besonders interessanten Fakt. Deswegen, ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du die Sache? Ein Mann, ein Messer, klarer Fall, ab ins Gefängnis und weg. Oder ermitteln bis zum Ende, das Traumata suchen, was alles so noch passieren könnte. Könnte. Schreib mir deine Meinung unter dieses Video, abonniere den Kanal. Abonniere auch unbedingt Telegram, denn verpasst du keines meiner Videos. YouTube möchte dich manchmal im Regen stehen lassen und benachrichtige dich nicht von einem meiner Videos, obwohl du die Glocke aktiviert hast. Das ist sehr schade. YouTube weiß auch nicht, woran es liegt. Der Support kann mir nicht helfen. Ich bin gespannt auf deine Meinung und abonniere den Kanal. Damit ciao, bis bald.